Hallo Automatenfreunde grüß euch Ich bin wieder da mit einem neuen Video Heute machen wir mal hier die Benjamin Blümchen Nummer Einmal die Elefants Und hier habe ich schon mal eingestellt Wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn Hat er nichts verdrängt Indian Ruby Viel Glück mit Indian Ruby Zine alten Geizkragen Der alte Geizkragen vertippt sich immer Zehn Linien, Zwinglinien passt Also schauen wir mal die Benjamins an Theroe, viel Spaß Ich habe einen Maxi Play 7 Ich möchte dann auch mal das nächste Video wieder machen Mit meinem Bali Ich weiß nicht ob alle schon mitbekommen haben Mein Bali ist jetzt wieder da Ich habe jetzt mal einen Rechner bekommen Jetzt habe ich den Maxi Play 7 drin Ich kann mir kurz zeigen Vielleicht für alle die es noch nicht kennen Ich zoome mal hinter Oh, ah nix Da ist er Ja, ich bin gerade am Huchen Vielleicht spielen wir dann mal Crystal Ball oder sowas auf Maxi Play Hier mal schauen Schön neu bekommen, sehr schön Jetzt gehen wir hier mal wieder zu den Zwei Schlappohren Zwei Schlappohren Zwei Schlappohren Untertitelung des ZDF, 2020 Bei dem Indian Ruby braucht man ja glaube ich nur zwei Elefanten, dann kriegt man schon die Freispiele, schauen wir hier oben den Gewinnplan, wenn zwei oder mehr Elefanten erscheinen, dann verbleiben alle Elefanten und Rubine am Schirm. Ja, schauen wir mal, vielleicht fährt er ja kurz rein. Ihr wisst ja, bei mir gibt es immer die Realität zu sehen, also ich fahre auch mal Videos raus, die ja nichts sind. Also meistens habe ich ja irgendwie Freispiele, aber auch mal Freispiele mit kleinen Gewinnen, also halt die Realität, wie sie heute ist. Ach ja, mein TR5 könnte ich ja mal wieder gucken. Und wie sie bei dem 4.1 Paket hier war, das ist ja relativ aktuell. Das rechte hier, das ist ja von 2018 Lux, das ist jetzt noch nicht so alt, das ist also eigentlich noch aktuell. Und ja, die Gewinne waren halt so. Oh ja, die 2 Euro und 4 Euro Videos auf YouTube, mei, auch noch auf TR5, das ist schon sportlich. Da ist mir immer unklar, wie die Leute das hinkriegen. Aber mei, so ist das halt. Meine Videos sind halt so. Ich finde es gut. Jetzt können wir schon mal die Freispiele geben. Oh, meinheit. Geben können hier. Ja, jetzt werden da schon mal die Elefants drin. Na ja. Schön. Fast zeitgleich, die Benjamins. Sehr schön. Was ich jetzt hier auch ganz interessant finde bei dem Vinyl Ruby ist, hier oben steht natürlich nicht drauf, dass er alle Elefanten im Block setzt, sondern da steht eigentlich nur, dass die Elefanten dann am Schirm bleiben. Aber er macht ja bei Freispielen offensichtlich irgendwelche Blöcke dann. Na ja, muss man auch nicht verstehen. Jetzt komm. Ja, so soll es sein, Leute. Alle gewinnen mal 2. Okay, water mal 2. Okay. Vielleicht war es ein bisschen madig bei uns zu sehen, kann man sagen, ja, aber so ist es halt. Fangen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt war es mir fast klar, aber vielleicht gibt er noch mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt läuft der AndyRuby mal definitiv besser grad wie der andere wo natürlich beide grad fleißig schlucken. Ah, da haben wir sie wieder. Schönen? Schönen? Ja. Kleine Rutsche, aber 80 Cent, aber ein 100er. Aber okay glaube ich, Leute. Darf mal freispielen? Ja. In den Roby hat es schon gegeben. Schauen wir noch ein bisschen zu. Machen wir hier mal Stopp, weil da muss ich wieder buchen. Der gibt halt jetzt grad nicht. Ja, hinten ist auch mal ganz fertig, Leute. Jetzt schau ich mal. Machen wir mal hier einen Cut. Wenn ihr Lust habt, abonniert meinen Kanal bitte. Ich freue mich immer sehr, weil mir gibt es reale Spiele, reale Gewinne. Alles echt. Allerdings aus der Home-Spielung. Ja, eh viel besser wie in der richtigen Spielung. Ich kann immer spielen und zwar so viel wie ich will. Mir geht das Geld nie aus. Und das macht einen riesen Spaß. Ja. Lasst mir einfach ein Like da und ein Abo. Freue ich mich. Und jetzt machen wir ein bisschen Crystal Ball auf Maxi Play. Macht es gut, Leute.